Wobei ich erst mal diesen Marktplatz upgraden muss. Hm, ja. Den upgraden. Den verbessern. Bevor ich mich um den... Bevor ich mich um den vierten Marktplatz schere, muss ich erst mal gucken, dass ich die anderen drei verbessere. Also die zwei. Nämlich jetzt. Und den da auch. In dem wurden Pfeile erforscht. Sehr gut. Oh, haben wir hier eine Priesterin verloren jetzt. Ich hole sicherheitshalber doch noch mal eine. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ach, wir haben nur noch einen Warrior. So, das ist nicht so schön. So. Den Marktplatz noch verbessern. Und dann haben wir fast das Geld, was wir brauchen für den letzten Guard Tower, den ich bauen will. Jetzt habe ich das für den letzten Guard Tower, den ich hier hinbauen will. So. So. Marktage. Da geht's! Da oben wird gerade die Schmiede eingerissen, was nicht so toll ist, weil dann wird der letzte Marktplatz teurer. So, jetzt wird eigentlich nur noch Geld produziert, bis auf den einen Marktplatz, den ich bauen will. Im Augenblick ist es recht ruhig, muss ich sagen. Oh, da ist schön viel Gold drin. Und wir haben das Gold für den letzten Marktplatz zusammen. Den ich dann irgendwo mehr hinsetzen kann? Doch, hier. Gut. So, Markttage ausrufen. So, der dritte Marktplatz steht. Wir haben Tag 15 und wir sind an der Stelle, wo ich gern sein möchte. Nur, dass da ist jetzt nicht so schön. Wenn wir Rat nämlich ständig Geld klauen, ist das nicht so schön. Du wirst dich doch nicht etwa mit den ganzen Diemen anlegen wollen, oder? Doch, sie hat sie mit denen allen angelegt. Also muss ich doch noch eine neue rekrutieren. Ich würde gerne Tabu-Zonen oder so einrichten. Sie ist schon tot. Hätten die mir jetzt den Marktplatz eingerissen, ich würde kotzen. Ich heuer sicherheitshalber noch einen Schwertkämpfer. So, die mach ich mal unsichtbar. So, die mach ich mal unsichtbar. Gut. Äh, welcher hat's erwischt? Die Zähne hat's erwischt. Äh, wo hat's dich erwischt? Hier direkt vorm Tempel? Okay, das ist schlecht. Nein, ich baue nicht noch ein Guardhouse. Das muss reichen. Und hier kann ich nix hinbauen. Okay, da muss ich wirklich mit den vier Marktplätzen klarkommen. So. Wir haben jetzt vier Marktplätze, die pro Tag tausend produzieren würden. Aber wir haben schon die halbe Zeit. Das heißt, in zehn Tagen 40.000, oh, das wird wieder knapp werden. Also, ganz ehrlich, wenn's dieses Mal wieder nicht reichen sollte, wenn ich merke, dass wir an Tag 35 noch nicht bei 80.000 oder so sind, oder 75.000, dann werde ich doch, ähm... ...ein bisschen nachhelfen müssen, wenn ich's ungern tue. Weil ich will bei diesem Durchgang, der sieht so gut aus dieses Mal, möchte ich einfach gewinnen. Weil ich glaube, ihr habt auch langsam keine Lust mehr, da stelle ich zu gucken. So, sie waren. So, sie waren. Jetzt muss ich's nur noch schaffen, dass die alle schön brav Steuern bezahlen. Wobei, ich bin gewillt. Kann ich jetzt hier einen Trading Post bauen? Nein. Den könnte ich da oben hin bauen, oder bringt er mir da oben überhaupt nichts? Oh, hier unten bringt er mir auch nirgendwo was. Hier ist auch... Hier. Hier einen Trading Post. Und gut, die Rogue-Gilde, die... Das Geld geb' ich mir noch. Weil... Oh. Na gut, ich hab die Rogue-Gilde jetzt in Auftrag gegeben. Sei's drum. Save sind wir ja einigermaßen. Die Rogue-Gilde hier, die könnten ein bisschen ein Problem sein. So, Magd-Tage laufen bei allen durch gerade. So. Du wirst steuerbefreit. Schickst aber hoffentlich in regelmäßigen Abständen karawanenlos. Ich wünschte, er würde Karawanen zu allen drei Marktplätzen schicken. So, Magd-Tag. Hey, cool, wir haben schon mal ein Viertel. Also ja, die Kryptopriesterinnen, sie sind echt gut in dieser Mission, das muss ich zugeben. Das habe ich unterschätzt, wie gut die Kryptopriesterinnen sind. Ja, ich finde es schade, dass ich das mit der Mod verpeilt habe. Das holen wir aber in der nächsten Mission dann wieder nach. Ich wusste nicht, dass die sich ständig deaktivieren. So, es ist wieder Magd-Tag-Zeit. Und wir haben schon mal drei Zehntel und haben noch 17 Tage. Oh ja, das sieht uns mal wirklich um einiges besser aus. Und ja, ihr merkt, ich stehe wieder ein bisschen unter Stress. Jetzt werden langsam wieder die beiden kleines Problemen. Ja, die Team-Mod ist echt nicht schlecht eigentlich, die Guard-House-Mod, weil unsere Guard-Häuser, die sind nicht so berauschend. Merkt mal gerade wieder. Da werden wir wieder von einer miesen Ratte beklaut. So.